... ... ... Agent 979, kommen. Hallo? 979? Ben geholt. Oh Gott. Komm ins Büro und fahr jetzt. Ja, verstanden. Ich muss den Ort hochkommen. Agent 979, angetreten! Hoi Chef. Gott. Mega, wir haben einen Anspruch. Ein Serientäter, der Kinder lassen sich laut. Das geht gar nicht. Da ist er. Sie müssen die Person oft zuerst eliminieren, bevor der Bund etwas mitbekommt. Ja. Er hält sich momentan hier im Dorf auf. Stationiert sie sich im Kindergarten. Ja. Und eliminiert ihn so aus der Ferne. Ja. Warten Sie auf weitere Anweisungen. So gut wie er redet, Chef. 1 1 1 2 2 3 2 4 Verdammt, zu mir haben wir gestreift in der Kaufe, in die Hüfte, blieb mal gnehm. Was soll ich jetzt hier überhaupt haben? Ich habe mir keine Ahnung. Mein gerät ist zu stark. Was soll ich jetzt hier? Ich werde hier nicht weg. Hier gehen wir. Treffer! Ah! Sicken wir doch mal her drauf! Jetzt müssen wir hier warten. Dann müssen wir dem Chef ein Funk geben. Chefposition eingenommen. Warte auf Anweisungen. Verstanden. Halt die Wurschelf nach dem Zeit. Wird gemacht. Nein. Schütztes Dreck! Verdammt! Blöde Scheiss-Tasche! Dreckige Kappe! Ah! Ja! Nein! Schütztes Dreck! Ich bin der Klasse! Ich bin der Klasse! Ich bin der Klasse! Es ist... Ich bin der Klasse! Chef, Ziel gesichtet! Verstanden! Schlussfreigabe erteilt! Ich bin der Klasse! Verstanden! Schütztes Dreck! Schütztes Dreck! Dann laden Sie nachkommen! Schützt Sie nochmal! Hat keine Munition dabei! Ja! Und jetzt? Ergreife eigene Initiative! EZ! EZ! Stop! Stop! Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße, meine Hüfte. Chef, Austrag ausgeführt. Sie haben ein wenig lang gebraucht, abgenutzt, gut gemacht. Danke. So, und jetzt ab Heim. Ein wenig Spiegel.